Seit einer Woche hängt der Nebel zwischen den Mauern dieser kleinen Stadt am Meer. Die Menschen und die Tiere sind Schatten geworfen. Der Nebel schluckt den Klang ihrer Schritte. Wie nass der Nebel ist, nass und kalt. Die kleine Brücke im Hafenviertel scheint ins Nichts zu führen. Ein hübsches Mädchen, das muss man sagen. Sie sind ein Feinschmecker, Doktor. Immer Kükenfleisch. Beine aus! Mensch, das ist doch kein Zweck! Dich besuche ich noch mal im Zuchtausch, du! Und warum sind Sie so neugierig? Neugier ist der Vater des Wissens. Und Vorsicht, die Mutter der Weisheit. Du musst es selbst der Polizei sagen, sonst wird Jakob es tun. Tja, manchmal stehe ich vor einer Wand und finde keine Tür, die weiterführt. Lauter ehrenhafte Namen und lauter Säufer, wie ich hörte. Guten Abend, mein Herr. Also, ich nass mich nicht zu Hause. Ich guischi. Ich erinnere mich. Untertitelung des ZDF, 2020